Hallo allerseits und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Mai. Da ich das ja am 31. Mai drehe, weil vorhin Leichnam ist und ich deswegen überhaupt Zeit habe, dieses Video zu drehen, werde ich euch alle Bücher so gut ich kann vorstellen. Vom letzten kann ich euch aber noch nicht sagen, wie es mir in der Gesamtbilanz gefallen hat, weil ich es noch nicht fertig gelesen habe. Ich habe generell nicht alle Bücher diesen Monat fertig gelesen. Komplette Bücher habe ich nur 11 gelesen. Angebrochene Bücher waren es ein paar mehr, aber es waren insgesamt ungefähr 4.426 Seiten, also um die 142,79 Seiten pro Tag. Allerdings muss man diesen Wert wahrscheinlich ein bisschen aufrunden, weil ich die Manuskriptseiten, die ich für eine Autorin gelesen habe, nicht mit reingezählt habe und auch bei einem Buch nicht genau weiß, wie viele Seiten das hatte, weil das ein bisschen komisch formatiert war, weil das ein E-Book war. Und ja, deswegen sagen wir einfach mal 145 Seiten pro Tag. Daran ist eine Reihe ganz besonders schuldet, auf die ich später eingehen werde. Jetzt stelle ich euch erstmal chronologisch die Bücher vor, die ich gelesen habe. Und das erste war Sog, was ich euch nicht näher erklären werde, weil ich das Buch ehrlich gesagt nicht so prickelnd fand. Ich im Neuzugänge-Video des letzten Monats ein bisschen was dazu gesagt hatte und die Rezension auf meinem Blog schon online ist. Und wie gesagt, das Buch war halt echt nicht so fantastisch. Ja, danach habe ich Das Haus der verschwundenen Kinder gelesen. Das habe ich vor vier Jahren ungefähr von meiner ehemaligen Buchhändlerin geschenkt bekommen als Leseexemplar. Ich habe es dann damals allerdings abgebrochen, ehrlicherweise, nach ein paar Seiten, weil ich es irgendwie nicht so spannend fand und die Figuren auch nicht so meins waren. Ich muss jetzt sagen, dass ich die Figuren immer noch nicht so besonders fand und dass mich die Handlung einfach total an drei Zehen von Wolfgang Hohlbein erinnert hat. So mit einem Haus, wo Kinder festgehalten werden von irgendwas, was nicht so ganz menschlich ist und jemand muss kommen, also ein Mädel und Freunde retten. Uh, innovative Handlung. Das ist halt ein bisschen langweilig, wenn man das schon mal gelesen hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so richtig als Kinderbuch sehe, weil manche Sachen schon ein bisschen skurril waren. Meins war es leider nicht so, dass, was mir am besten gefällt, ist das Cover, was sehr, sehr traurig ist. Ja, danach habe ich ein Buch aber gelesen, was mir viel, viel besser gefallen hat, nämlich Feminist Fight Club. Da hat The Empire of Books ja auch eine Rezension zugedreht und das Buch ist total fantastisch. Schaut mal bei ihrer Rezension vorbei. Sie fand es auch sehr gut. Und da sie ja nun mal ein bisschen älter ist als ich, kann sie vielleicht auch mehr zu dem Aspekt sagen, wie das so mit Sexismus am Arbeitsplatz ist. Vor allem, weil ich ja auch sehr, sehr viel Glück mit meinem Arbeitsplatz habe und der eigentlich sehr, sehr sexismusfrei ist. In Feminist Fight Club geht es halt eben vor allem darum, wie man sich gegen den Sexismus am Arbeitsplatz, aber auch im Alltag wehren kann, wie man diesen erkennt, etc. Ich fand das Buch eigentlich ziemlich cool. Es ist auch locker geschrieben. Ja, und ich fand es eigentlich ganz schön und auch gewissermaßen nützlich, auch wenn ich es zum Glück ja noch nicht so brauche. Danach habe ich ein Buch gelesen, was nicht mit Feminismus zu tun hatte. Das erst wieder ist Buch danach. Nämlich Hanyesha, eine Legende aus Iowa. Das fand ich ganz gut. Es gab sehr, sehr viele Figuren. Das sind ja keine Menschen. Es waren einfach Figuren. Ich bin mal gespannt, wie der nächste Band sein wird. Es geht halt um zwei mächtige Wesen, die beide so eine Art oberster Gleichgewichtshalter auf ihrer Welt werden wollen und sich ineinander verlieben und viel gegeneinander kämpfen müssen und zwischendurch noch ein Kind kriegen. Und das klingt schon nach sehr, sehr viel Handlung, aber das Buch ist erstaunlich dünn. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist auch eine sehr, sehr nette Autorin. Und danach habe ich gelesen... Ja, ich weiß, dieser Übergang war jetzt gerade total brüchig, aber nur denn. Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung ihre Frauen verlor. Ich fand das Buch am Anfang eigentlich nicht schlecht, auch weil es einen historischen Überblick nochmal so über verschiedene Sachen gibt. Ebenso mit Französischer Revolution etc. 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 Allerdings habe ich das Buch ungefähr in der Mitte erstmal unterbrochen, weil es dann irgendwann doch relativ repetitiv wurde und ich keine Lust hatte, dasselbe immer und immer wieder zu lesen. Und irgendwann hatte ich einfach nicht mehr die Motivation für dieses Buch, wie ich ehrlich zugeben muss. Finde ich sehr, sehr schade. Man merkt, dass die Autorin definitiv voreingenommen ist. Klar, dass sie nicht so Alice Schwarzer befürwortet, merkt man eigentlich schon im Vorwort. Aber auch so finde ich, dass sie halt in der Schilderung der Entwicklung der Frauenbewegung allgemein relativ voreingenommen war. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, gerade wenn man das Buch vielleicht für weitere Zwecke verwenden will. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das als wissenschaftliche Quelle für eine Hausarbeit verwenden könnte. Aber das Schöne ist, dass hinten noch ein Literaturverzeichnis ist und das wird mir für meine eine Hausarbeit hoffentlich helfen. Ja, dann habe ich noch Manuskriptseiten gelesen. Und Harry Potter 1, 2, 3 und 4. Ja, das macht mich glücklich und saubert mir direkt ein Lächeln auf die Lippen. Ich liebe Harry Potter. Die ersten vier Bücher habe ich jetzt zum dritten Mal gelesen. Die anderen habe ich alle erst zweimal gelesen, seit ich 19 geworden bin. Und da ich ja nächste Woche Sonntag 20 werde, stehen die Chancen auch gut, dass ich zumindest den fünften Band bis dahin noch schaffe. Ich habe mir fest vorgenommen, an meinem Geburtstag jetzt in Zukunft immer Harry Potter zu lesen. Also egal welchen Band. Ursprünglich wollte ich an meinem Geburtstag dann mit dem ersten Band wieder anfangen, weil ich das letztes Jahr auch so gemacht habe. Und dann dachte ich mir, nein, ich muss das Buch jetzt wieder lesen. Und dann habe ich halt wieder angefangen und hups, dann habe ich die anderen drei auch noch schnell hinterher gelesen. Dinge passieren. Also ja, es ist total krass, dass ich zu so einem totalen Potterhead mutiert bin, seit ich es gelesen habe. Obwohl ich es die ersten 18, 19 Jahre meines Lebens eigentlich komplett ignoriert habe. Also abgesehen von den Filmen. Ich meine, jeder von uns ist mit den Filmen aufgewachsen, oder nicht? Und naja. Harry Potter ist toll. Und ich glaube, dass ich euch die Handlung jetzt nicht zusammenfassen muss, wobei ich tatsächlich einen Booktalk im August oder September zu Harry Potter 1 machen werde, weil ich da von Carlson den ersten Mal der Neuauflage kriege. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonst was habt, gerade zum ersten Band der Harry Potter Saga, dann schreibt mir das am besten hier unten in die Kommentare, dann kann ich das für das Video dann nämlich berücksichtigen. Nach Harry Potter musste ich mich dann allerdings auch wieder den Rezensionsexemplaren widmen. Die kamen dann nämlich auch nach und nach wieder rein. Und da habe ich dann Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt aus dem Papierverzierer Verlag gelesen. Davon blende ich euch das Cover hier mal irgendwo ein, weil es ein E-Book war. Also es ging um zwei Auftragsmörderinnen, die derselben Familie angehören und die einen Auftrag hatten, der sie quasi gegeneinander gesetzt hat. Und dann finden sie raus, dass sie so eine Art von gemeinsamer Vergangenheit haben. Und ich fand manches von dem ziemlich offensichtlich, was ich sehr, sehr schade fand. Und das Buch war halt total merkwürdig formatiert, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie viele Seiten das hat. Also bei mir auf dem Tablet wurde das mit über 1000 Seiten angezeigt. Und ich bezweifle, dass dieses Buch als Printversion über 1000 Seiten hätte. Vor allem, wenn auf einer Seite so vielleicht 100 Wörter gestanden haben. Das war ein kleines bisschen nervig, aber... Tja, keine Ahnung, ne? Danach habe ich noch Im dunklen Sehen gelesen. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht fertig gelesen. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch nicht sagen. Da fehlt mir dieses Stück noch. Da geht es um meinen Mann, der im Laufe seines Lebens blind geworden ist. Und der hat halt Kassetten aufgenommen und seine Gedanken darüber halt festgehalten. In 2015 ist der gute Mann gestorben. Ich finde das Buch total interessant, weil man sich ja selten damit beschäftigt, wie das so wirklich ist, wenn man blind ist. Und dadurch, dass er halt eben mal gesehen hat, kann er auch eben gut den Vergleich ziehen und das so auch für Sehende halbwegs nachvollziehbar machen, wie das so ist. Wobei ich glaube, dass niemand, der nicht wenigstens mal temporär ganz blind war, das komplett nachvollziehen kann. Aber es gibt einen zumindest so einen Eindruck davon. Und was ich richtig, richtig unnötig finde, hier, das seht ihr vermutlich nicht, aber die Schrift ist halt so mit lauter erhabenen Punkten geprägt, halt so wie man das von der Braille-Schrift kennt. Aber warum hat man denn nicht einfach den Namen, den Titel und den Untertitel in richtigen Braille reingeprägt? Das kann jetzt nicht so viel teurer gewesen sein, als den Rest der Schrift mit diesen Punkten zu versehen. Das hätte ich ja mal richtig sinnvoll gefunden. Ja, nach dem Dunkeln Sehen habe ich dann noch... Wo ist es? Hier. Wieso ist da Schmutz drauf? Palace of Silk von C.I. Bernhard gelesen. Ich finde das total faszinierend, dass die Frau ja offensichtlich in Bonn wohnt, weil sie, oder zumindest hier in der Nähe, weil sie auch mit der Shakespeare Company der Uni spielt. Und ich überlege, ob ich sie mal für ein Interview fragen soll, ob sie dazu bereit wäre. Könnt ihr mir ja gerne schreiben, ob ihr Interesse hättet. Das ist der zweite Teil nach Palace of Glass. Und das ist so, dass es zwar in unserer Welt spielt, aber es Magdalenen gibt. Also Leute, die durch ihre Berührung der Haut, die Erinnerungen oder Gefühle oder Gedanken, das kommt immer ein bisschen drauf an, was man für eine Magdalena ist, von anderen Menschen lesen und eben auch beeinflussen können. Und deswegen ist in England das unter Strafe gestellt. Und dann ist die Protagonistin, die halt selber eine Magdalena ist, nach Frankreich geflohen, nachdem es einiges hin und her im ersten Mann gab. Und jetzt gerät sie halt eben wieder in Gefahr. Und ich fand das wieder sehr, sehr gut. Ich mag die Geschichte sehr und bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Interessanterweise wurde das Buch erst auf Englisch geschrieben, obwohl es eine anscheinend deutsche Autorin ist. Allerdings habe ich die englischen Originalbände nirgends gefunden, was ein bisschen merkwürdig ist. Und was ich sehr, sehr interessant fand, hier unten steht unverkäufliches Rezensionsexemplar. Ja, also erstens wissen viele anscheinend nicht, dass man die nicht verkaufen darf. Und zweitens gibt es wenige, die tatsächlich damit noch markiert werden. Das war mal eine Weile viel, viel extremer. Finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil das das nochmal klar macht, wenn ich von allen Büchern wüsste, ob es ein Rezensionsexemplar war oder nicht, würde das mir mein Leben auch einfacher machen. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß genau von welchen Büchern, dass ich sie bekommen habe oder dass ich sie gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Aber das ist was anderes als Rezensionsexemplar. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, glaube ich. Ja, dann nach Palace of Silk habe ich noch Immerwelt gelesen. Dazu kam ja die Rezension am Freitag und das Buch ist eigentlich ziemlich cool. Es gibt so zwei Sphären. Eine, die einem das anbietet, dass wenn du in deinem ersten Leben, also halt so unserem normalen Leben, viele Dinge tust, die denen gefallen, dass du dann in deinem Ewigleben, also quasi das Leben als Toter, wenn nur noch deine Seele lebt quasi, dass du dann ganz viele Vergünstigungen kriegst und so weiter. Und die andere Sphäre sagt, ihr seid alle tot, wir behandeln euch alle gleich. Und beide Sphären werben halt um die Seelen der Leute, die eben noch nicht tot sind. Und die Protagonistin ist halt eine, die sich noch nicht entschieden hat und mit 18 das aber mal langsam tun müsste. Und ich fand das Buch eigentlich ziemlich cool, auch wenn es total vorhersehbar war, für welche Sphäre sie sich später entscheidet, weil das, glaube ich, die war, für die sich jeder normale Mensch entscheiden würde. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ich normal bin, aber ich behaupte das an dieser Stelle jetzt einfach mal. Und was ist schon normal? Ja. Das fand ich schade, vor allem weil so ab Seite 300 dann auch klar war, dass diese Vorhersehbarkeit, die sich vorher schon eingependelt hat, dann auch tatsächlich so eintreten wird. Sehr, sehr schade. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool ist übrigens auch das perfekte Stichwort für die Formel von Dan Wells. Dan Wells sollte euch inzwischen was sagen. Ich habe mal von ihm Blue Screen vorgestellt. Das Buch ist total cool. Und ich bin ja bis heute stolz darauf, dass mein Autoreninterview mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse es als Bonusmaterial auf die Sonderedition seiner Verfilmung I'm Not a Serial Killer geschafft hat. Ich finde das bis heute total episch. Auch wenn euch das hier auf YouTube meistens nicht interessiert hat, so wenn ich mir das im Video angucke. Wie auch immer, in die Formel geht es darum, dass ein Wissenschaftler eine ganz besondere Hautcreme erfindet, die eigentlich nur den Körper dazu bringen soll, von sich aus wieder mehr Kollagen zu produzieren. Aus Versehen erfindet er aber sowas wie eine Klonungslotion. Also das heißt, wenn ich jetzt eine ungeprägte Lotionspackung anfassen würde, so mit meinen Fingern zum Beispiel, dann würde die meine DNA speichern und dem Nächsten, der genau diese Lotionspackung aufträgt, in mich verwandeln. Also auch wenn das ein Mann ist, dann kriegt er halt Eierstöcke und Brüste und meine Blutgruppe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen genetischen Defekt hätte, dann würde der Mensch das auch kriegen. Aber wenn ich diese Klonungslotion zum Beispiel an mir selber anwenden würde und sagen wir jetzt mal eine Blinddarm-OP gehabt hätte, dann würde ich mich selber klonen und überschreiben und weil in meiner DNA ja eigentlich noch das Rezept für einen Blinddarm mit drin ist, hätte ich dann wieder einen Blinddarm. Finde ich ziemlich cool. Der Wissenschaftler warnt dann am Anfang auch in seiner Firma davor, dass das ja wahnsinnig gefährlich ist und dass man das als Biowaffe verwenden kann und alles. Die sind natürlich profitgeil. Und es kommt, wie es kommen muss. Diese Lotion kommt unter die Leute. Das komplette Chaos bricht aus. Und ja, ich finde das bisher total cool. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin jetzt... Also das habe ich jetzt schon gelesen und das fehlt mir noch. Also ich bin so, keine Ahnung, zwei Drittel oder was auch immer das ist. Und ich fand das einfach bisher total cool. Manche Sachen sind natürlich ein bisschen erratbar, dass sie kommen werden. Aber es ist eindeutig nicht so vorhersehbar wie Immerwelt. Sondern eben vielmehr so, dass man so die dummen Verahnungen hat, dass sich das in die Richtung entwickeln könnte. Das ist dann mehr so wie eine Befürchtung als wie eine Vorahnung. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. So, wie immer kommt dir in das Vergnügen, noch einen kurzen Abriss von dem zu kriegen, was ich im Mai so gemacht habe. Vorerst habe ich allerdings eine Frage für euch. Ihr habt auch vielleicht schon gesehen, dass es hier oben irgendwo eine Abstimmung gibt. Nämlich, ob ich den Lesemonat und die Neuzugänge wieder zu einem Video zusammenfassen soll. Ich habe das Gefühl, dass sich inzwischen die Neuzugänge gerade durch die Rezensionsexemplare so oft überschneiden, dass es relativ sinnlos ist, ein eigenes Neuzugänge-Video zu haben. Das würde mich sehr interessieren, ob ich das wieder zusammenlegen soll oder ob ihr sagt, dass es zwei Videos bleiben sollen. Wenn ich das Neuzugänge-Video streichen würde fürs Erste, würden dafür mehr sowas wie das Video von letzter Woche kommen. Also meine fünf Lieblingsbücher, die kein Mensch kennt. Oder, naja, sowas in die Richtung. Ansonsten habe ich im Mai nicht viel gemacht. Ich habe eine Hausarbeit angefangen am 1. Mai und ich bin mit ihr fertig. Das ist für mich völlig unglaublich, dass ich nach ungefähr 20 Tagen mit dieser Hausarbeit fertig war. Ich lasse die momentan noch Korrektur lesen, was, glaube ich, die erste Hausarbeit ist, die ich jemals Korrektur lesen lasse von irgendwen. Aber faktisch könnte ich jetzt schon mit der nächsten anfangen. Ich muss ja noch zwei schreiben. Aber ich bin momentan so ein bisschen unmotiviert, die anzufangen. Also ich habe sie schon angefangen, aber mit der Quellenlage ist das mal wieder ein bisschen schwierig. Und ja, ihr könnt das doch nicht. Naja, so. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts Spannendes gemacht. Also wirklich nichts. Ich habe ein bisschen an meinem Manuskript weitergeschrieben. Ich habe sehr, sehr viel gelesen offensichtlich. Ich vernachlässige mein Schwedisch so ein kleines bisschen, weil ich seit meinen Erasmus-Ablehnungen für Schweden und meine Bestätigung für Schweiz gekommen ist, irgendwie unmotiviert bin, Schwedisch weiterzulernen. Was halt blöd ist, weil ich das eigentlich noch vertiefen muss. Beziehungsweise ich habe es mindestens dieses Semester und ich glaube nicht, dass ich Skandinavistik vertiefen will. Weil das einfach nicht so mein Ding ist, denke ich. Und ja, also ansonsten ist wirklich nichts Spannendes. Ansonsten ist bei mir tatsächlich nicht viel Spannendes passiert. Ich habe mit Krankengymnastik angefangen am Gerät. Also wenn ihr das macht, braucht ihr auch kein Fitnessstudio mehr, meine Lieben. Das ist so anstrengend. Aber nun denn, was tut man nicht alles für die Gesundheit und damit man weiter Sport machen kann. Und ja, das war es eigentlich, was ich im Mai gemacht habe. Ich bin zur Uni gegangen, ich habe gelesen, ich habe an meinem Manuskript geschrieben, ich habe Krankengymnastik, ich treffe mich mit meinem Freund und wow, das war es auch schon. Das ist nicht Spannend, nicht Spektakulär. War alles, was ich diesen Monat Außergewöhnliches gemacht habe. Also quasi nichts. Mich würde aber interessieren, ob ihr vielleicht irgendwas Besonderes gemacht habt. Ich freue mich ja jetzt erstmal auf die LitBlog Convention, die nächste Woche ist am Samstag. Das Video kommt dann wahrscheinlich in der Woche da drauf, weil es an meinem Geburtstag, also am 10.6. wahrscheinlich, das Booktuber-Geburtstagswichtel-Unpacking gibt. Und was gut wäre, wenn... Wofür es gut wäre, wenn langsam das Paket mal ankommen würde. Weil ich das nämlich auch mal irgendwann drehen muss. Ja, das war es soweit von mir. Vergesst nicht, die Frage zu beantworten und die ganzen wunderbaren Kommentare zu hinterlassen, die ihr mir in letzter Zeit hinterlasst und nach denen ich gefragt habe. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein schönes Video hattet, dass ihr eine schöne Woche hattet und eine schöne Woche vor euch liegt. Und das wird uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!